Hey Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß der erste Vlog von Griechenland war sehr kurz, deswegen will ich auch dieses Video jetzt noch machen, nämlich einen zweiten Vlog. Vielleicht mache ich auch noch einen dritten, bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil heute gehen wir zu dem Strand, wo wir auch Jetski fahren können und bevor wir das machen, will ich euch noch das Zimmer zeigen. Also viel Spaß beim Schauen. Also jedes Zimmer hat eine Tür, ist ja klar. Kann man auch zusperren mit Klimaanlage. Dann kommt man gleich links zum Badezimmer. Toilette, Dusche, zwei Waschbecken, zwei Spiegel. Mit dem Durchblick hier aufs Bett und die Aussicht. Finde ich sehr schön, wirklich. Dann hat man einen Kasten, den kann ich euch einfach zeigen. Super Badehose. Ja, da kann man alles reingeben, hier zum Beispiel. Ja, da gebe ich alles rein. Hier hat man noch ein Regal, benutze ich aber nicht wirklich. Hier den Stuhl, ganz wichtig. Dann noch ein riesiges Bett. Zum Beispiel, ich könnte jetzt auch die zweite Seite mit einer Decke nehmen, aber brauche ich nicht wirklich. Wir haben nämlich eine Haushälterin, die das alles macht mit aufräumen und so. Was ein richtiger Luxus ist. Und was ebenfalls Luxus ist, ist diese Aussicht. Das ist wirklich krass. Und der Boot ist auch so geil. Okay, das war eigentlich eh schon das Zimmer. Ich schaue, ob ich noch unten filme, vielleicht von der Aussicht, wenn ich draußen mit dem Pool stehe. Und dann gehen wir später zum Strand. Jetzt ist noch Frühstück. Jetzt um 10 Uhr. Genau. Jetzt wird einmal gegessen. So Freunde, heute ist sogar ein bisschen wolkig. Ich stehe jetzt draußen. Das ist so die Aussicht. Cool. Super. Julien hat mich jetzt abgesetzt und ich muss einfach im Wald überleben. Wenn jemand dieses Video sieht, bitte helfen Sie mir. Genau. Hilfe. Jetzt echt, wir gehen eigentlich zu einem Wasserfall. Aber schaut schon geil aus. Jetzt habe ich nicht mal Angst vor Tieren gerade. Das ist jetzt aber noch nicht. Das ist jetzt nicht der Wasserfall, oder? Ja, das ist nicht. Na, denke ich mir. Das ist der Wasserfall. Okay, scheiße. Ich bin komplett außer Puste. Und dann sind einfach schon Leute da. Geht scheiße, jetzt mal ehrlich. Das ist der Wasserfall ganz schön. Okay. Der ist schon geil. Soh! Soh, dann. Chau. endlich wieder angekommen beim auto natürlich bin ich erster dort gell julian weil ich der sportlichste bin ich kann nicht mehr schwitz wie ein schwein ich habe dann am schrand aufgehört zu filmen super ich hoffe das video war jetzt länger und hat mir einblicke von griechland gezeigt also abonnieren kommentieren like nicht vergessen danke fürs zuschauen auf wiedersehen ja 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 ja